Tifa oder Aerith Tifa, warum? Argumente, alles klar Was? Pando Okay, alles klar, dann habe ich hier noch eine Frage Wie froh bist du endlich wieder regelmäßig competitive spielen zu können? Sehr froh, vor allem mit Ventern meiner Seite, das ist bestimmt eine Lüge. So und es geht weiter Wenn Brücci ein Champion denn neu wäre, welcher wäre er? Oh Gott, der Alte Weil er so hässlich ist, weil er so schön war So, was ist die Ableitung von E hoch 3x? Lulu Ja, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr hast du Schweine und liebst Katzen? Das ist von Pamela, oder? Wir nennen ja aus Datenschutzgründen keine Namen Amare, könntest du bitte antworten? Ich liebe Balou Punkt Punkt Okay, wieso bist du so drollig und man möchte dich einfach knuddeln? Liegt in meiner Natur, was soll ich machen? Okay Lieblingschampion neben Thresh? Interessiert mich aber auch eigentlich gar nicht Gut, dann, was haben wir denn noch? Vielleicht für so eine Frage noch, einen Moment hier Hier ist noch die Einkaufsliste Hier die Frage von Lars Wann kommt das erste Hörspiel von dir? Erstmal Hallo Lars Und das ist in Produktion, das kommt bald raus, keine Sorge Wie viel wird das kosten? 6,99 Warum? Warum nicht kostenlos? Warum nicht für jeden zugänglich heutzutage? Weil das qualitativ hochwertig ist und auch seine Produktionskosten hat Panda möchte gerne ein Zweiklassensystem unterstützen Alles klar, gut, dann schauen wir mal, haben wir noch eine Frage? Ne, leider vorbei Ich gehe auch wieder hier zurück, weil ich habe gerade Urlaub Und ja, tschüss Ja Immer wieder sehen Dann machen wir noch mal Bis zum nächsten Mal